25 Jahre Schicke-Tanz in Sachsen. Tradition und Unternehmergeist in der Land- und Viehwirtschaft. Circa 850 Hektar Land bewirtschaftet das Agrarunternehmen mit unterschiedlichen Futtermittelarten. Die Wurzeln in der Branche reichen bereits 80 Jahre zurück. Do-it-yourself und Handmade anstelle von GPS-gesteuerten Fahrzeugen prägen den Alltag der Landwirte. Bis 1991 eine neue Zeit in Fremdeswalde beginnt. Der Landwirtschaftsbetrieb spaltet sich noch auf in einen Dienstleistungsbetrieb und einen Direktvermarkterbetrieb. Das heißt, was wir an tierischen Produkten im Betrieb produzieren, wird direkt vermarktet über eine eigene Flascherei. 25 Jahre. Eine Philosophie wird gelebt. Neben Landwirtschaft betreibt das Unternehmen eine eigene Viehzucht. Dazu gehört die Aufzucht der Schweine. 120 Tage verbringen die Tiere hier im Stroh immer mit direktem Blickkontakt zu den Limousandrindern. Anderthalb Jahre wachsen die Jungbullen bei Schicke-Tanz heran, bis ihr Weg in der firmeneigenen Schlachterei endet. Wir legen darauf Wert, dass alles, was bei uns auf dem Betrieb gezüchtet und gemästet wird, wird im eigenen Betrieb verarbeitet. Und damit ist für uns die Wertschöpfungskette geschlossen und wir können den Betrieb dadurch auch stabilisieren. Eine Drei-Rassen-Kreuzung bei den Schweinen, die wir versuchen immer in kontinuierlicher Qualität zu halten und auch so oft zu mästen, dass die, ich würde schon sagen, besser wie artgerecht leben bei uns. Ein Vierteljahrhundert. Die Firma expandiert. Die Qualitätswaren aus Fremdeswalde etablieren sich mehr und mehr in der Region zwischen Leipzig und Dresden. Neben den beiden Filialen im Leipziger Süden genießt das Unternehmen die Stammkundentreue auch in Leisnig und Mutschen bei Grimma. Dort haben wir angefangen, selber zu vermarkten in kleinen Sticken und in kleinen Stickzahlen bis vor zehn Jahren. Dort haben wir dann nochmal einen Sprung nach vorn gemacht. Ich bin auch sehr dankbar den Kunden, dass sie das angenommen haben. Das Konzept, wie wir es fahren, das ist für uns eine Bestätigung und das ist schon schön. 25 Jahre. Das Familienunternehmen wächst stetig an. Neben langjährigen, alten und jungen Mitarbeitern bringt sich der Nachwuchs aus der eigenen Familie mit ein. Die dritte Generation Schicketanz steht bereits in den Startlöchern und bringt die Firma erfolgreich mit voran. Ohne die Familie und ohne den Zusammenhalt in der Familie wäre das so nicht möglich und auch nicht machbar. Das ist auch ein Betrieb, wo eine Harmonie zustande kommt. Und auch die gute Mitarbeit unserer Leute, die das Ganze mit voranbringen. Ohne das wäre vieles nicht möglich, wenn keine guten Leute da sind, auf die man sich auch verlassen kann. Die auch die teure Technik ordentlich behandeln, das ist schon auch viel wert für den Betrieb. Ein Vierteljahrhundert. Der Fleischereibetrieb vergrößert sich. Nach nur drei Jahren Bauzeit bezieht Schicketanz das alte Rittergut in Kannewitz. Schlacht und Fleischerei sind nun moderner, größer und vor allem zukunftsorientiert. Ohne die technische Entwicklung wären wir am Markt nicht mehr konkurrenzfähig. Also Landwirtschaft ist bei Weitem nicht mehr das, was es vor 100 Jahren mal war. Es ist ein hochinteressanter, anspruchsvoller Beruf. 25 Jahre Schicketanz in Sachsen. Qualität aus einer Hand für die Region. white dem C시간. Ein Hoch und tiefe von den Fällen, könnte Fech Franceschi für Buchstabe eine gute Bewilligung machen.